Den Treibstoffverbrauch bei Bussen, um ein Vielfaches zu senken. Dieser Herausforderung haben sich die Ingenieure von Sita Automotive, einem Tochterunternehmen von Arriva UK Bus, gestellt. Unglaublich aber wahr. Dieses Gerät ist ein wahrer Spritsparer und mittlerweile in vielen Bussen der Arriva UK Bus eingebaut. In Zeiten steigender Kraftstoffpreise und bei der zunehmenden Verknappung der Ölreserven weltweit eine riesige Erfolgsstory für die Erfinder. Hier in den Werkstätten fing alles an. Ursprünglich als Kraftstoffdrosselung für Kleintransporter gedacht, entwickelten die Ingenieure daraus ein Gerät, das sich auf intelligente Art und Weise dem Fahrverhalten des Busfahrers anpasst. Wenn über 3000 Busse von Arriva UK Bus mit EconoSpeed-Gerät unterwegs sind, bedeutet das 4.800 Tonnen weniger CO2-Ausstoß und eine Kostenersparnis von ca. 2 Millionen Euro. Bei über 6000 EconoSpeed-Bussen in Europa läge die CO2-Ersparnis bei 49.000 Tonnen. Die weltweit einmalige Technologie zeigt einmal mehr die Öko-Vorreiterrolle der deutschen Bahnfamilie. Für eine umweltfreundliche Mobilität von morgen. Bildung. 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 Bildung.